Nur wenn man Eierstöcke hat, heißt das nicht, dass man auch Mutter sein kann, verstehst? Zum Geburtstag habe ich mir den neuen Oldbag gewünscht und er hat mir geschenkt, Chessport, Schul, dein kompetentes Kind. Sie will das Beste sein und das Beste haben, was sonst? Es läuft gut, es läuft wie auf Brot geschmiert.